Salve, schön, dass du da bist. Heute geht es um die Formen des Konjunktivpräsens und die dazugehörigen Bilderegeln. Den Indikativpräsens kennst du. Ein Beispiel wäre Claudia Markum widert. Heißt übersetzt Claudia sieht Markus. Ein Satz mit Konjunktivpräsens könnte so aussehen. Markus Claudiam widert. Markus könnte Claudia sehen. Nehmen wir noch zwei weitere Sätze hinzu. Zunächst Indikativ. Ad forum venis, quer venio. Du kommst zum Forum, weil ich komme. Sehr klar, zusammen ist es viel schöner. Nun im Konjunktivpräsens. Ad forum venis, cum venia. Du kommst zum Forum, weil ich komme. Gleiche Übersetzung. Einmal mit Indikativ, einmal mit Konjunktiv. Wir wollen jetzt zusammen herausbekommen, woran man den Konjunktivpräsens überhaupt erkennt. Schauen wir zunächst einmal auf die ersten beiden Sätze und vergleichen die Prädikate miteinander. Vedet und vedert. Bestimmt siehst du sofort den Unterschied. Genau, die Konjunktivform enthält ein zusätzliches a. Wir könnten also die Vermutung anstellen, dass das Kennzeichen des Konjunktivpräsens ein a ist. Blicken wir auf das zweite Beispiel. Venio und Veniam. Auch hier sehen wir schon direkt das a. Aber noch etwas anderes dürfte dir sofort auffallen. Stimmt genau, die erste Person Singular aktiv hat die Endung m statt o. Auch das können wir als Vermutung hinzufügen. Die Endung m für die erste Person Singular ist nicht neu. Du kennst es zum Beispiel von den Formen von esse, sum oder auch aus dem Imperfekt oder Pluskomperfekt. Ob unsere Vermutungen so stimmen, müssen wir jetzt noch überprüfen. Dazu nehmen wir uns ein paar Beispielsätze vor. Hier habe ich ein paar für dich vorbereitet. Ich lese sie dir einmal vor. Die Übersetzung kommt direkt im Anschluss, denn es geht uns hier in erster Linie um die Formen. Markus et amiki vocant ut Claudia accedat. Markus und die Freunde rufen, damit Claudia herbeikommt. Markus, Claudia nos non audit, cum vocemus. Markus sagt, Claudia hört uns nicht, obwohl wir rufen. Amiki claudiam petamus. Die Freunde sagen, lasst uns Claudia aufsuchen. Amiki accedunt ut a Claudia videantur. Die Freunde kommen herbei, damit sie von Claudia gesehen werden. Und schließlich Claudia klamare debetes ut vos audiam. Claudia sagt, ihr müsst laut rufen, damit ich euch höre. Nun, da scheint Claudia etwas schwerhörig zu sein, denn Markus und die Freunde haben ja schon gerufen. Richte deinen Blick nun auf die Prädikate im Konjunktiv am Satzende. Wir wollen unsere Vermutung, die wir vorhin angestellt haben, noch einmal überprüfen. Zur Erinnerung sind sie hier noch einmal eingeblendet. Die Übersetzung lassen wir jetzt einmal weg, die brauchen wir ja nicht so dringend. Schau auf die Prädikate. Das Kennzeichen des Konjunktivpräsens ist a. Stimmt das? Geh einmal durch. In Satz 1 haben wir accedat, da ist das a vorhanden. Bei Nummer 2 steht vocemus. Das stimmt leider nicht. Petamus bei Satz 3 ist hingegen wieder richtig. Fedeantur in Satz 4 hat das a. Und in Satz 5 audiam. Auch hier ist ein a vorhanden. Wir stellen fest, unsere Vermutung, so wie sie da steht, stimmt also momentan nicht. Aber überleg mal, worin unterscheidet sich vokare von den anderen hier genannten Verben? Sag sie dir gern auch einmal im Infinitiv auf. Ja, vokare ist das einzige Verb aus der a-Konjugation. Die a-Konjugation enthält ja schon ein a. Deshalb brauchen wir ein anderes Unterscheidungsmerkmal. Und da haben sich die Römer einfach gedacht, nehmen wir doch ein e. Wir müssen unsere Vermutung also ein bisschen ergänzen und einfach dazu schreiben, dass bei der a-Konjugation das Kennzeichen ein e ist, aber auch nur bei der a-Konjugation. Gut, bleibt noch unsere zweite Vermutung übrig. Die erste Person Singular aktiv endet auf m. Hier haben wir ein weiteres Beispiel in Satz 5. Und du siehst sicherlich sofort, ja, auch hier endet die erste Person Singular aktiv auf m. Unsere Vermutung ist also korrekt. Hervorragend. Gut, das Ganze wollen wir jetzt nochmal in tabellarische Formen gießen. Zunächst eine Tabelle für die Aktivform. Wir beginnen mit der a-Konjugation, die als besonderes Kennzeichen hier ein e enthält. vocem, voces, voquet, vochemus, voquetes, voquent. Die folgenden Konjugationen haben alle das a als Kennzeichen. Wir beginnen bei der e-Konjugation am Beispiel videre. vidiam, vidias, vidiat, vidiamus, vidiatis, vidiant. i-Konjugation audiere, audiam, audias, audiat, audiamus, audiatis, audiant. Und die konsonantische Konjugation? agam, agas, agat, agamus, agatis, agant. Hm, du weißt, im Aktiv gibt es auch noch immer die Sonderform esse. Die lautet folgendermaßen. sim, sis, sit, simus, site, sint. Das muss man leider einmal lernen. Halte das Video ganz kurz an, um die Tabelle zu übernehmen. Wir machen jetzt weiter mit dem Passiv und du wirst sehen, es wird sich gar nicht so viel ändern. Der einzige Unterschied im Vergleich zum Aktiv sind die Endungen, die du aber alles schon kennst. Mit r-ris-tur-mur-mini-entur. Übertrage auch diese Folie in dein Heft oder deinen Ordner, indem du das Video kurz anhältst. Noch einmal die wichtigsten Regeln zusammengefasst. Wir erkennen den Konjunktivpräsens am A. Außer bei der A-Konjugation, da müssen wir auf das E schauen. Die erste Person Singular aktiv endet auf M. Und die Formen von Esse sind unregelmäßig. Notiere dir auch kurz diese Sätze und halte das Video noch einmal an. Ob du schon richtig gut mit den Formen des Konjunktivpräsens umgehen kannst, kannst du jetzt in einem kleinen Quiz ausprobieren. Und, hat es schon ganz gut geklappt? Sehr schön, dann hast du die Formen und die Bilderegeln verstanden. Hast du noch ein paar Fehler gemacht? Gar nicht schlimm. Du kannst dir das Video ja noch einmal anschauen und wenn du dann immer noch eine Sache nicht ganz verstanden hast, fragst du einfach in der nächsten Stunde deine Lehrkraft. Die wird dir sicherlich weiterhelfen. Welche Funktionen der Konjunktivpräsens haben kann, das kannst du in einem anderen Video erfahren. Aber nun erstmal, tschüss und bis zum nächsten Mal.